Wow! Dieses Wort dürft ihr nicht sagen. Wir haben nämlich jetzt 5 Leben. Und diese 5 Leben sind 5 mal Wow-Sagen. Denn das ist eine Versuche-nicht-Wow-zu-sagen-Challenge. Lass doch kurz einen Daumen nach oben da, denn ein Daumen nach oben ist ein Leben. Moment mal, Bro, das macht gar keinen Sinn. Wenn wir jetzt 5000 Likes schaffen, dann darf ich 5000 mal Wow sagen. Worauf fahrt ihr denn noch Likes, man? Ruhig und entspannt. Er hat ein Fahrrad. Und... Nein! Uh! Ohohoho! No no no! Nicht mit mir! No no no! Heute bekommen Sie keine W zu dem O zu dem B von mir! Nichts bekommen! Nein, nein, nein! Habe nichts bekommen! Das ist... Okay, das ist doch nicht... Das sage ich doch nicht das W-Wort. Bro, das ist einfach nur freaking stupid. Alter, die Autos gegeneinander hauen, damit die Türen zu gehen? Mach das mal mit zwei Lamborghinis! Wir haben jemanden, der... Digga, es ist so cool. Es ist so cool. Es ist so cool. Ich versuche heute mich so krass zu konzentrieren, nicht dieses Wort zu sagen. So, ähm... Er verpackt... Ne... Zwei... Oh, ist das schlau! Oh mein Gott, Digga! Damit die Tüte nicht reicht. Das war super schlau. Das ist Farbe und der macht... Farbe? Naja... Ich... Frag mich nicht, woher soll ich das wissen? Der... Alter, das sah aber... Ah, ich weiß nicht, Bro! Ich weiß nicht, ob das so gut aussah! Das sah irgendwie aus Skill, so ne Mischung und aus absolut... Bruder, ich brech meinen Rücken aus! Ah, ah! Ah, ah! Okay, nein! Warte! Nein, pass auf! Jerome. Bruder, Jerome aus Fortnite. Was machst du da? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Becher. Jerome, warum hast du sechs Becher auf deinem Kopf? Jerome ist einer, für den will ich jetzt einfach W sagen. Das W-Wort. Das ist einfach sechs Becher auf dem Kopf. Wenn das nicht runterfliegt, kriegt er von mir ein W-Wort. Jerome? Jerome, es ist nicht runter. Es ist nicht... Wow! Okay, komm. Fünf Leben weg. Vier Leben jetzt nur noch. Komm, weiter geht's. Er schießt durch den Donut. Bro, oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, war das smooth. Bro-ski! My man! Cristiano Ronaldo! Okay, der... Alter, warte mal. Was? Wie geht das? Wie geht das? Oh mein Gott! Wie funktioniert das? Wie viel Kraft hat denn der? Was zum Teufel? Okay, ich bin so verwirrt. Digga, ich bin so verwirrt, was das für Videos sind. Oh mein Gott! Jetzt ist es wieder kaputt gegangen. Ich hätt's fast gesagt. Ich bin doch ehrlich jetzt fast gesagt, aber ich sag's nicht. Bro, wow! Nein! Ah! Nein! Okay, warte mal. Bro, nee, jetzt was sind denn das für Videos? Jetzt machen wir mal alle halblang. Okay, ich hab nur noch drei Leben. Super, danke. Bruder! Okay, ich weiß nicht. Was?! Okay, das ist das krasse, was ich je gesehen habe in meinem Leben. Das ist das mit Abstand krasse, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert, aber diese Frau, was zum Henker. Die ist so eine super skilled Bicycle Radfahrerin und fährt die ganze Zeit auf einem Reifen. Der Kindheitstraum, das wollte ich immer als Kind machen. So, der muss ein bisschen Pikmi hier an der Kasse machen und ein bisschen den Pikmi rauslassen. Starke Leistung, aber wie man sieht im Hintergrund, Alter. Die Gertrude, Alter, die kümmert es nur, wie viel die Bananen kosten. Sind sie jetzt im Angebot 490 oder kosten sie nur 390? Egal, komm. Gertrude, hast rausgefunden. Bananen kosten 490 heute. Sind nicht im Angebot. Voller Preis. Nix gut. Ja, war stark. Starke Leistung, Bro, aber kriegt nichts von mir. Kriegt nichts von mir. Mano esse final. Was heißt das? Ich hab keine Ahnung. Bruder, die ist einfach die beste Spielerin der Welt. What the hell? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Das war kein... Nein, das war keins. Das war ein... Smooth, cool, smooth. Kann nicht jeder. Okay. Aber wenn das schief geht, dann hast du ein Fahrrad im Gesicht von deiner Frau stecken. Und da willst du, glaube ich, nicht am Hochzeitstag haben. Der putzt jetzt, passt auf, ganz satisfying. Ich weiß ganz genau, jetzt sieht's kacke aus. Und jetzt gleich wischt der und es wird perfekt aussehen. Schaut zu. 3, 2, 1 und satisfying. Aber war zu vorhersehbar. Da sage ich auch nicht das W-Wort. Das sind Dinge, die kommen mit der Erfahrung. Mittlerweile bin ich ein erfahrener, versuche nicht das W-Wort zu sagen. Challenge Meister. Breakdance. Wow. Nein! Okay, das war super peinlich. Jetzt hör auf, bitte. Ach Gott, Digga. Das ist so peinlich. Das ist so peinlich. Das ist grad nicht passiert. Oh mein Gott, ist das peinlich. Ja, Bruder. Komm, mach weg, Alter. Wieviel hab ich jetzt noch zwei? Ach, komm. Scheiße. Ach, komm. Wir reden nicht drüber, Digga. Komm. Wir reden nicht drüber. Es war so peinlich. Es war so peinlich. Bruder, was macht... Okay. Ich hab keinen blassen Schimmer, wie das funktioniert. Ich hab keinen blassen Schimmer, wie das funktioniert. Aber wenn ich das machen würde... Okay. Oh mein Gott. Wieso machst du das mit deinem Handy? Bitte hör auf damit. Hör auf damit! Wieso machst du das? Ein falscher Griff und Handy ist kaputt. Man hat sogar gesehen, das war ein echtes Handy. Das war kein... So... So... Fake Pillowclip. Der macht jetzt ein Salto mit der Leiter. Ich spür's. Ich spür's, Digga. Ich weiß es. Ja, das war ein bisschen enttäuschend. Also... Wobei, warte mal. Der balanciert? Ja, wobei ist doch gar nicht enttäuschend. Aber ich hab irgendwie gedacht, der macht jetzt mit der Leiter ein Salto. Ja, das ist auch nicht das, was ich dachte. Oder ich hab gedacht, der steht auf der Leiter und macht so wusch. Und die ganze Leiter macht mit ihm ein Salto und er steht dann wieder drauf. Das hab ich gedacht. Dann hätte ich das W-Wort gesagt. Das war ein bisschen... Ich fand's ein bisschen enttäuschend. Es tut mir leid, Alter. Ich hab den Klipp ein bisschen kaputt gemacht gerade. Hab ich nichts dagegen. Parkour-Lifestyle. Oder er wirft ein Bierfass. Oh, da sieht man Fass und einen in den Rock. Herbert! Stehen gestanden. Eins, zwei, Polizei. Yay! Und hoch mit dem Fass. Ach, das ist so hoch. Ich dachte, das wär weitwerfen. Das ist wie Hochsprung, nur mit nem Bierfass. Bro, kann mir irgendwer bitte erklären, wo zum Teufel gibt es eine Sportart, wo du ein Bierfass 15 Meter die Luft wirfst über so ne Hochsprungsstange. Wo zum Teufel gibt es das? Okay. Madame hat einfach ne Waschmaschine und trägt die mal ganz entspannte Treppen hoch. Bruder, die ist skinnier als ne Skinny Jeans und hat mehr Muskeln als ein Bodybuilder. Wie geht das? Fragt mich nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Das ist einfach nur crazy. Das... Oh mein Gott. Alter Schwede ist das krass. Junger Vater, Alter. Der ist aber lange in der Luft gewesen. Flugzeugmodus kurz aktiviert. Wenn ihr das Ei kaputt macht... Was zum Teufel sind das für Videos? Oh mein Gott, was sind das für Videos? Was? Wie? Nein, warte mal. Wieso hat der immer ein kaputtes Fahrrad? Kauf dem Jungen doch irgendwer mal ein ganzes Fahrrad. Der muss immer komische Tricks machen. Sei du hier, sei du da, damit der Fahrrad fahren kann. Kauf dem doch jemand einfach mal ein Fahrrad, was funktioniert, dass der nicht immer mit einem Reifen rumfahren muss. Guck ihn dir an, Alter, den Junge. Der arme, der arme Benedikt, Alter. Der macht... ne Pizza. Okay, interessant. Ähm... Tomatensauce drauf. Schön im Kreis drehen. Ist immer ganz, ganz wichtig, wenn man Pizza macht. Cheese. Okay, ist mir ein bisschen zu viel Käse, aber kann man machen, wenn man Bock hat. Pepperonis. Beste, Alter. Salami Pizza. Pepperoni, Alter. Beste Pizza in den USA. Ich sag's nicht, wie es ist. Immer Pepperoni bestellen. Beste, leckerste Pizza, Alter. Ja, schön die Pepperonis drauf. Hat er ein bisschen lang gebraucht, ne? Hätte ein bisschen schneller sein können ohne die Pepperonis. Aber die Pepperonis waren nicht so gut. Da wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Boah, solche Clips verstehe ich nicht, wie die sich da nicht in den Finger schneiden können. Bei mir wäre alles ab. Bei mir wäre alles ab. Das ist so unglaublich, ne? Guck mal. Hier, Monika. Ja, okay. Das ist gestört. Wow, 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 wow. Alter, okay? Und es ist mir egal, ich krieg nur ein Leben abgezogen, weil das ist mein Video. Zieh ab. Perfekt. Yalla, Bibi, ich hab nur noch ein Leben. Ich muss aufpassen. Verdammte Kacke. Was mach ich hier schon wieder? Die klettern da hoch. Das ist... Was ist denn das? Wahnsinn. Die klettern da hoch und seilen sich dann wieder ab. Was ein Leben, Junge. Okay, das ist der schnellste Kung-Fu-Tritt, den es auf der Welt gibt. Wow. Mhm. Nein. Das ist nicht passiert. Ihr habt nichts gehört. Das ist mein Video. Es ist mir so egal. Das sind meine Spielregeln. Ihr habt nichts gehört. Nein. Nein. Es ist mir so egal. Wir gucken einfach weiter, wie wenn nichts gewesen wäre. Das ist mein Video. Ich will nichts hören. Der macht Jet-Ski-Trickshots. Guckt lieber den Typen an. Der springt da hoch und macht einen Handstand auf einen. Die Jungs denken sich auch nur so, Bruder, ich sollte mal bald Gym hitten. Ab ins Gym. Jetzt geht's rein, Alter. Barf dich. Ich sage, der macht... Lange Haare, eine Figur. Lange Haare. Das ist eine Frau. Ich dachte, ein Mann. Billie Eilish. Billie Eilish. Billie Eilish. Ich hab's erraten. Billie Eilish. Billie Eilish war das, oder? Safe, ne? Frisbee wird geworfen. Ah, das ist auch so eine Sportart, wo man immer in so einen Käfig dann reinwirft, ne? Oh mein Gott. Okay. Digga, also... Ich sag's wie es ist, ne? Manche Videos... Das ist was, was ich nicht verstehe. Wieso zum Teufel... Okay. Wow. Wieso zum Teufel macht man ein Video, wo man acht Basketbälle in einem Basketball... Wisst ihr was? Ich muss es nicht verstehen. Wenn es euch gefallen, lasst einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da.